jo leute was geht war dann wieder am start heute ist der 6.9 wir haben 2 minuten nach 11 circa oder mal gerade nachgucken ja zwei minuten nach 11 genau gott alter bin gerade eben wach geworden noch ein bisschen müde wie man wahrscheinlich sieht und bemerkt und ja keine ahnung jetzt gleich mal aufstehen und mal schauen was der tag so bringt so leute es wird ziemlich nice wenn ihr mir noch auf instagram folgen würdet eventuell machen wir zusammen noch die 150 follower voll und jetzt erstmal noch ein paar videos wieder auf die speicherkarte ziehen um nachher noch ein paar videos zu rendern und ja so und bevor es heute wieder vergesst gehen noch grüße an den gamertv 363 raus und an lp mit emir die beiden wollten noch das ist die grüße wie gesagt grüße an euch beide gehen raus sorry dass ich es erst jetzt macht die ganze zeit ist immer wieder was dazwischen gekommen ich hab's vergessen und so weiter aber jetzt seid ihr definitiv im video drin oh mein gott leute alter voll die fette spinne hier am start alter scheiße ich dann habe ich jetzt irgendwie digga ich glaube ich bin dance verbot alter ich habe eine spinne im zimmer allerdings ist es nicht drei uhr morgens das ist halb ein mittags alter ja digga krabbel meine wand runter du fotze alter was ist denn los mit dir ich muss dir irgendwie jetzt tuk machen nur so jetzt noch ein paar videos rendern bearbeiten und schneiden lassen und in der zeit erstmal noch ein bisschen dragonball schauen danach immer noch was zu essen machen und jo so leute jetzt noch ein bisschen cleveland show gucken auch wenn die kamera das jetzt auf die distanz irgendwie grad nicht fokussieren will aber egal ja noch ein bisschen chillen und so dabei natürlich noch eine pizza essen pizza muss auch sein alter so jetzt seht ihr die pizza noch einmal ein bisschen genauer ich habe mir bevor ich die in den ofen geschoben habe noch ein bisschen ketchup drüber gemacht damit noch ein bisschen anderer geschmack dran ist schmeckt richtig geil leute müsst ihr mal ausprobieren da ich die folgen von der cleveland show wo gerade gelaufen ist schon gekannt habe habe ich jetzt weiter mit dragonball also bin wieder im zimmer schaue weiter dragonball habe immer noch ein bisschen pizza hier liegen und gönn mir das jetzt noch dabei so leute jetzt noch ein bisschen was snacken wir haben viertel vor vier dabei noch immer schön hier dragonball schauen und ja nachher noch für die arbeit fertig machen wahrscheinlich noch die ganze zeit jetzt dragonball schauen mal gucken was ich mache so leute wir haben jetzt 19.10 ich steppe jetzt zur arbeit das sieht verdammt nach regen aus ich hoffe dass ich heute abend gut und trocken heimkomme während ich nach auf der arbeit bin kann es von mir aus pissen dann soll es wieder trocken sein bis ich zur bahn steppe wenn ich in der bahn bin kann es von mir aus pissen und dann wenn ich heimsteppe soll es auch aufhören wenn ich wieder daheim bin kann es von mir aus wieder pissen aber egal ja ich mit mich nach der arbeit wieder so leute gerade von der arbeit heim gekommen vor circa zehn minuten wir haben 20 vor zwei und ja ich gehe jetzt mal schlafen noch ein bisschen musik hören dabei zum einschlafen und dann sehen wir uns morgen wieder beziehungsweise nachher wenn ich wieder wach bin bis dahin macht's gut haut rein und schau so 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 so